10 Mann! Vorne raus! Die ganze Zeit die 104. soll switchen, aber wir waren nicht gemeint. Und den noch ein paar. Johnny? Johnny? Was denn jetzt? Ich würde nur gerne hinten in der Linie sein, weil man da besser die Linie aufgehen kann. Ja, deswegen ja. Ich wollte dich ja gerade fragen, ob du jetzt hinten sein würdest. Sehr schöne Runde an alle nochmal. Sehr gute Schussergebnisse. Nahkampf auch. Wunderschön. Habt ihr alle gut gemacht. Danke. Danke. Ich wurde erschossen. Ja. So wie... Gewohnheit. Im Krieg gibt's Verluste. Tut mir leid. Ja. Tja, wenn die... wenn's zur Gewohnheit wird. Ja. Es gibt nur einen Krieg, der ohne Verluste beginnt. Auf einer Seite. Das ist... die Atombombe. Aber... ja. Das ist minderwertig. Und die gab's in der Zeit noch nicht. Also von dem her. Ist das dann ein Krieg oder ein Massaker? Beides. Ein Kriegsmassaker. Kalter Krieg. Bam, bam. Und kalten Krieg. Bam, bam. Und kalten Krieg. Bam, bam. Und keine... Weißt du recht. Kalter Krieg bedeutet, dass er eben nicht ausgeführt wird, sondern nur politisch läuft. Ja, da wird auch wieder... Aber er heißt Krieg. Ach komm. Gibt's doch nicht. Wir müssen ihn tragen. Er ist verwundet. Ja, wirklich. Hier verstecken wir ihn. Wir müssen ihn allesamt nach Hause tragen. Und ihn in sein Bett legen und... Ja. Und Schlafliedchen singen. Ja. Okay, jetzt wieder mit der BTS. Linie... Halt, rechts, um... Linie auf meine rechts. Seht ihr die Skirmisher da vorne? Ja. Fired well auf die. Sehr schön. War schon gezielt. Voll drauf. Das sind zwar unsere Kameraden, aber scheiß drauf. Weiterfahren. Sehr schön. Wenn ihr denkt, ihr trefft nicht, dann schießt auch nicht mehr links... äh um. Alle nachladen. Und vorwärtsmarsch. PTS? Das war eine Kanonkugel. Nachdem. Das war ein Jahr. Das war ein Jahr. Das war ein Jahr lang. Das war ein Jahr. Das war ein Jahr lang. Was für ein Jahr lang. Das war ein Jahr lang. Das war ein Jahr lang. Das war ein Jahr lang. Ich bin jetzt aber... Los, was das ist. Wir können ja. Reaver, du merkst, dass wir beschossen werden von Kanonen? Warum sagst du nicht Stopp? Ich hätte sein Mikro sein können Reaver hüllt sich ins Schweigen Jetzt müssen wir uns denken, was er uns befehlen will Ich warte auf die nächste Kugel und renn rein Oh ja, wir werden jetzt eiskalt beschossen Naja Leute, jetzt überlegt, wenn er das Schwert nach rechts hält, heißt es nicht rechts von den Dönen Dass wir schießen sollen, ist meistens ein Mittrenner Also ich würd sagen, dass wir jetzt Chargen sollen Für das Vaterland! Hurra! Ja, Charge Charge Charge! Nicht schießen, Charge Ja Charge Linie hinter ihm bilden Wie war, kannst du wohl nicht sagen? Er hat sein Schwert hochgehalten Ja, aber... Nachladen Welche Schatten? Ja, Reaver, lass mich führen Wenn er netz wird Kommt Point Ace Ja Entschuldigung, wir stehen dich doch auch so Entschuldigung, wir stehen dich doch auch so Ja Oh, Alter, von wo kommen die? Warum sind sie hier? Warum sind sie hier? Warum sind sie hier? Da hinten sind welche Linie hinter ihm Ja Fertig BDS hinter uns Einfach mal gekehrt Perfekte Schuss Hinten Dome, sehr ruhig Okay, abonntet Feiert, Ru Nice Left face Feuer halten Alle nachgeladen Feuer halten Forward march Line hold Right face Oh, jetzt machen Left face Verrückt march Oh Gott, nee Nicht Kannst du nicht weitergehen Mit Rücken, Master BDS ist immer aktiv Okay Okay Ähm For my left Fire at will Oh, nee Oh, nee Wir chargen lassen Die hier, oder? Oh, ja, oh Charge, Leute Plänkel, dass ihr irgendwie Schuss abbekommt Luft Streck hinter Ja Das bringt dir nichts Du bleibst sein stehen und wirst erschossen Weil soweit der Sprung zu Ende ist, bleibt so für einen kurzen Moment stehen Oh, die ist weg Nice one, nice one Gesichtskraft von Ende, ich konnte nicht im Nahkampf Ja